und kann man gut bei mir jetzt einfach dann kannst du um ich hab gerade gar keine ahnung warte ich dir mal ganz kurz einen link davon ich weiß gerade den namen nicht mehr ich weiß gerade den namen an sich nicht mehr hat jemand gerade kommentar geschrieben okay leute also solche kommentare bitte mal nicht reinschreiben wir können gerne mit kritik leben aber mit sowas man sollte schon respektvoll werden das ist das im jahr hat er wird es mir überhaupt war er hat man das ist nicht nirgendwo naja ach schon was standen weint so ich hatte man ganz kurz den Kanal hier geschickt Kleiner Witz, woran merkt man, dass man in Deutschland ist? Internet ist scheiße. Digga, muss hier... Ah, Alter, ich habe es genau auf den Punkt getroffen, muss hier auch nicht schlecht ausrasten. Ah, scheiße, ich habe den Mord nicht hingebauen können. Sorry, Leute, erstmal nochmal dafür, dass das Junkraten verbrochen wurde. Oh mein Gott, Digga, er bemerktet 50 Euro. Alter! Danke für dein Premium-Abo. Respekt, mach es mal, mach es mal, mach es mal auf unserem Gruppenkanal, wo ich drauf bin. Dann passt. Der hat mir heute schon über 70 Euro donated. Digga, da gehe ich mal 0x40 durch. Er hat auch schon, ähm, er hat schon Premium abonniert, Digga, auf Twitch. Er ist so ein Ehrenverfiff. Cool, Mann. Ich liebe die schnurrisch, Digga, lasse. Gute Zuschauer gucken grad bei dir zu. Ah, mit gar keiner, scheiße. Bei mir gucken grad 250 Leute zu. Komm, lass sie mal alle zu mir bitte rein. Ey, komm, wir gehen nach Retail. Warum sieht man nicht, dass ich streame? Bei dir sieht man, dass das du streamst. Komm, wir gehen nach Retail Row. Guck mal, wo du bist. Guck mal, wo ich bin, Digga. Du sagst immer zu spät. Alter, ich hab doch... Ich komm, Digga. Ich hab doch gesagt, du müsst ihr mal sehen. Ich hab direkt nach links gemacht. Du gehst einfach mit dir, Bro, Digga. Ich hab, ich siebe den Autopiloten hier. Kann man immer noch schön was zwischendurch essen. Das war ein Medi-Kid, das da gelaufen hat. Das war ein Medi-Kid. Ähm. Ich geh also zur Runde raus. Das pack ich nicht. Quitte, David. Quitte mal, ja. Hast grad. Also, jetzt wartest du mal auf mich, okay, und nicht direkt am Anfang rausspringen. Mh. 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 Scheiße. Mh. 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 Es ist sowieso eine Toze. Ähm. Hört mal ganz kurz. Alter. Warte, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz den heftigsten Schwitzer-Skin holen. Meiner Meinung nach hab ich noch. Meiner Meinung nach hab ich noch. Ähm. Warte, auch einen Schwitzer, den geilsten Schwitzer-Skin im EU-West. Äh. Los! David, wir haben gleich schon die gesamten Mega-Witzen. Alter, ich liebe diesen Skin. Mh. Mh. Ich muss ihn bloß ummenennen. David, ich glaub du bist der Bruder, der mich nie haben wollte. Passt. Hast du Geschwister? Mh. Mh. Ich hab nur Schief-Geschwister. Mh. Und ein Halbbruder. Schwere Vergangenheit. Woh, David, guck mal. Baa, 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 baa. Lass mal in diese Bug gehen, in diese Bug. David, geh in diese Bug hier. Ich werde da gehen sauviele Leute hin. Egal, ich will jetzt richtig viel Kills machen, so. 20 Kills oder so. Ich will einfach nur einen Epic Win haben. Mh. Das ist schon wieder hab ich Hunger. Mh. Mh. Ich komm nicht da dran. Ich esse viel. Was? Ich esse mega viel. Ich esse mega viel. Mh. 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 wir müssen jetzt einmal nach flüte planten doch die gab das packen wir nicht leute bitte macht was weiß ich jetzt hier gerade machen nicht in fünf minuten terine essen während man stream ist ja ziemlich blöde was man darin fünf minuten terine ich kann dir gerne ein bild schicken wer ist das jetzt dann kommt es mir der ist so cool der ist gut in portland der ist mega gut da schick dem kapitel eine einladung bleib mal ganz kurz ein guter freundfamilie will noch rein wir kommen noch rein wir müssen mal ganz kurz chat auf dings machen spielte ja leisenheit also er hat nie durch den saun alter ok gott wohl gerade sagen wo bleibst du jetzt ja ich habe die tasse gesucht also ich bin jetzt an zweitens stream zehn minuten setzen wie wird sein weißt du was aus toleranz mache jetzt auch nur skin für dich aber auch irgendwann aber wäre mein basis wird hier jetzt noch gespielt da ist die ich habe selbst generell kein skin was ich spiele ich so häufig hotline damit sind wir die größten noobs aber wir können was erreichen damit ich bin kein nutzer als ob das nun gibt es in der gang alter mark hat einer von euch schon zweitens dieser season gespielt die zwei season habe ich geht kurze zeit gespielt ja warum ich habe anfang noch mit mord und das natur hat einer von euch zahnseide ich habe alter lokas hier bringe ich ja nicht um wenn du was redest ich hab diesen eins gespielt diesen eins gespielt ich weiß schon ich hab dann aufgehört das hätten wir uns schon mehr rum bringen müssen dann habe ich mich in season 3 weil richtig im halbstand das spiel habe ich dann nur mal angefangen ich hab dann nur mal angefangen ich hab dann auch gehört oder zählt ja kommst wirklich alter das packen wir jetzt haben wir schon mal ich muss dann nur für das was sagen gilt das oder wie das gilt das die stadt gibt immer action war man ich werde ich gehe sofort drauf und dann mache ich hier schon alles kaputt ich zeig dir ein haus was will ich dann jetzt mit einer thermal jungen wer ist bei mir dann heute jungen die heraus und bei mir schalten und bei mir ist eine einstellung etwas runter ich habe noch ein mini für jemanden der braucht ich habe mir alles und ich komme gerade nicht durch okay aber du kannst was hast du ich habe sechs minis komm her ich gebe dir was siehst du ich bin der rote ich habe auch noch ein bei mir wird gerade richtig druck gemacht ja ich komme bei mike ja ich komme leisen komm her komm her komm zu mir ja ich bin dabei ey ey Eckstein komm zu mir ich habe keine meds mehr scheiße pack 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 nein man warte ausländer 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 in die andere richtung ich bin tot leute ich habe probiert lokas wieder zu überleben ging aber leider nicht ich werde gepusht ausländer 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 ausl Wir haben keine Chance. Junge, die sind... Einer hat sich genommen. Einer hat sich genommen und der andere hat sich. Die sind total lustiger. Ohne Witz. Jetzt kommt aber eine Wache. Nee, das pack ich nicht. Sorry. Geh hin. Geh hin. Du kannst doch sowieso nicht mehr. Geh hin. Probier doch wenigstens mehr. Das alleine kommt nicht um. Kannst du nicht bauen, David. Ich hab keine Materialien mehr. Bau das weg. Bau ab. Bau ab. Bau ab. Bau ab. Bau nächste Treppe. Bau eine Treppe. Mach nur deine Kontrolle an sich. Ah, null Materialien. Das äzt richtig hart, Leute. Ich würde sagen, wir landen mal etwas außerhalb. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Sag mal. Der soll ausm Match gehen. Ok. Leute. Wer landen jetzt mal woanders. Was? Äh, äh, Tötsch, das ist nochmal Tötsch, bitte. Alter. Nee, immer Fettbefehl, Fettbefehl. Komm, Salty, bisschen Acty. Äh, Fettbefehl. Ey, ich hab diese Hintergrundmusik, diese Blitzblank, die hört sich eigentlich ganz geil an. Alter, voll feine Hintergrundmusik, bitte. Aber ich will die ganz normale, die ist die alte Standard. Die ist so geil, die alte, alter. Die alte Standard ist die geilste Musik immer noch. Das ist ein wenig sogar. Was hast du gesagt? Doch, das ist die alte, ich schwöre. Die alte Standardmusik ist immer noch die beste. Wow. So, Lukas, was denkst du, wo sollen wir hingehen? Ich würde sagen, Retail Row. Ja, wo seid die da? Ich will nicht direkt getötet. Ich gelieb, ich gelieb gerne Retail Row, ist mein Problem. Ich muss Fettbefehl gegen den Battle Pass. Und dann können wir auch um die Standardmusik wieder gehen, ist mein Scheiß egal. Fettbefehl, Fettbefehl. Okay, Fettbefehl, gar kein Problem. Welche Missionen müssen du machen? Welche Missionen? Fettbefehl, Fettbefehl ist überall zu falsch. Welche Missionen? Ich gehe auf Berg, ich gehe auf Berg. Blau, der ist blau. Kann einer mit mir kommen aufs Berg? Berg ist auch gut, der kann mich ja treffen, der ist nicht zu weit entfernt. Lukas? Und woher gehst du? Woher gehst du? Woher gehst du? Ich kann einer. Also ich gehe nach Battlefields rein. Ja, David, er ist nicht in Battlefields rein. Ey, wie heißt mein Freund David? Lukas. Er hat irgendwie voll die YouTuber-Stimme. Ne, das ist wirklich so. Ne, it's no joke, jetzt will talk. Der hat irgendwie irgendwie YouTube-Stimme. Das liegt höchstwahrscheinlich am Mikrofon. Boah, Digga, ich bin ein Arsch. ALTER! Was? Zua fucking Hölle! Das ist zu viel. Das ist... Jeder landet hier. David, du bist wieder. Ich bin auf dem Berg gelandet. Ich habe aber eine Eier. Seid ihr? Einen habe ich. Boah, ich habe einen Riff. Boah, ich habe einen Riff. Ich bin auf dem Berg. Der Safe, Digga. Das ist alles. Kommt, kommt zu euch, kommt. Seid ihr? Ich muss halt wirklich so gut auslaufen, Alter. AHHH! LEUITE! es ist ein spiel wie wäre es wenn wir jetzt erstmal eine kleine city wo nix los ist und dass wir am ende richtig schön viel druck haben ich gehe nach spandau du kommst mit zu mir gleich noch aus ich hatte dann also wohin geben jetzt mir zu gehen versteckte wie die anderen zu den spannen die mission schauen war das dann spannender wohin gehen wir dann die erste was sie verspannter ist wo das hier ist vor allem ich bin aber perfekt und schon gebrochen kann alle von einstieg mit mir kann ich auch nach der stelle alter war eine andere werden so viele leute landen kommen wir gehen nach doch als sie gehen nach der glänse nach die ländlichen mein lieber gleich geht er weit ins Mann abnehmen ich bin mehr verletzt sie sind wer die Werbeite die Prozent und eine Frage versteht er mich halbwegs gut wegen stream kratz ja durch den Schuss wird es nicht gut klar ich habe immer noch so einen leichten halb an ihr drinnen was das habe ich auch das hasse ich ja auch wie sonst was aber welches gaming herz hat hast du eigentlich der g430 logitek 430 brudi so gute runden und jetzt musst du ihn fragen muss ihn fragen wieso lokas warum lässt du mich alleine so schnell tot du bist in der neuen stelle ja ich war mir in deiner alten und einer klasse so hat den kennst du auch wer bist du auch mal kommt ich habe nur mal als das richtig nicht um ausreichend ob ihr gegner gelandet sind wir müssen jetzt zusammen zusammen landen ich habe keinen bock mehr ohne witz er guckt mir in der zu von euch ich guck dir zu ich auch jetzt sind die leute du bist du das merke ich das doch erst ich will aber ein paar kills mindestens 1 und exp suchen kommen ja natürlich auch da sieht er hier gerade auf dem pc spielt ich wollte ich auch auf dem pc spielen was funktioniert nicht das vermund weg holen ich hätte auch gerne ein mikro etwas leiser stellen ton gerät ja wenn ich ich weiß wie er in real life aussieht aber mehr nicht ich hätte ihn fast mal gesehen ich habe fast mit dem portnet gespielt weil ich kenne kennst du den verno das ist ein guter ja das war eine frage ich habe den auch alter ist der gut in ford schon ich finde es gut in ford hat der nicht scoocoper hat scoocoper das ist scoocoper ja leute wissen dass der bunker offen ist kommt der land will gleich mal ja da ist wailing woods wailing woods wailing woods ach jungen wailing da gibt es ja nur los das ist ja wirklich so das ist ja wirklich so das ist nur ein haus ein haus ist da ne wo wurden jetzt mehrere häuser hin gemacht wow wow das bringt ja richtig viel alter das hat das hat was ich liebe die sniper so spielen wir machen von mir aus oh gott der tut sich richtig ab ich bin okay ich bin so 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 hat ohne ohne raketen erfahr so ja man kann belegen ich habe so eine lute auf hier aber du darfst ja keine ausgebildet weil das weiß ich nicht ich habe schon so viele jane ist auf karte wirklich von der zone überrollt wie der ist auf k eigentlich müssen so viele kommen ich glaube noch täte diesen sniper schüsse gefallen doch jetzt ist der hinten von einrichtungen jetzt auf einmal jetzt kommen sie von allen ecken und seiten du musst ihn sauren ansonsten bist du tot leute ich bin halt hier noch drin ist ach mir dann jetzt spiel wie so was ist ich bin da gerade am schreiben alter ich kann ich ich bin so wie wir wollen wir wollen okay von mir aus ich halte eben die übelsten schwitter skin ja ich bin so nicht schon ich habe keinen plan holen o fälligen o fälligen mit dem gleichen na wat geh du ab da sind da hole ich mir du bist ja omega Mach bereit, David. Ich hab grad nur... Ich bin bereit. Berat. Berat. So, äh, hallo, wir haben uns jetzt auf den Preis umgestiegen. Klasse, was ist'n Hund? Warte mal ganz kurz. Also, man sieht hier den Lukas, den, äh, Mike und noch irgendjemand spielen. Stellt euch mal vor, also zumindest den anderen, den ich jetzt grad nicht aufgenannt hab. Dann ohne Mut aufsammeln, ne? Ja. So, also, wohin gehen wir? Ich gleich gemein. Ich geh Greasy Groove, aber komm, dann zählt wird nach. Ja. Ja. Ach, und ist'n alle aus unserer Schule. Nur mal so. Ey. Ist denn ja auch alle vom Weißkirchenfest, oder was? Wer weißt du? Das sind aber neunte, ich glaube. Ich kenn' nicht nur Trufeisen. Keine Ahnung, wie du heißt. Ich kann dann da nur teilen. Ich wette, du kennst mich vom Seen her. Wer ist denn der Lison? Ja, ich bin aus der neunten. Wir sind beides noch aus der neunten. Wir gehen in die Pfarrer. Wir gehen in die Pfarrer's Haus. Ey, David, ich heiße nur real life. 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 Ich heiße David. Ich heiße Jan. Ich heiße Jan. Ey, bist du der Darwin? David. David. David? Ja. Oh. Ja, Lukas aus der C. Beschreib dich mal ungefähr. Lass mich nicht beschreiben. Der ist groß, hat ne Brille. Der ist ungekehrt so groß wie ich. Und hat Locken. Gewalt zu dürfen. Steht der immer bei dir? Steht der immer bei dir? Nein, 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 nein. Wir sind zusammen in der Pause mal auf dem Förderhof. Hey, warte, ist der Förderhof? Das ist der nette Hinterhof, wo du immer bist. Ich hab ne Ska. Wow. 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 Oh mein Gott, Digga. Ich hab ein graues Sturmgewehr. Oh mein Gott. Wessen Bildschirm ist das? Ja, äh, das ist vielleicht mein Bildschirm hier, den auf die Krattspiele. Macht den mir auch mit dem Sinn, oder? Ja. Ja. Ne, ich hab hier grad jemand mit dem ich im Live-Fert-Talk. Mann, tolls nicht mehr. Ich konzentriere mich die ganze Zeit auf den scheiß Live-Stream, oder? Was? Ja, konzentriert dich auf den Live-Stream. Ich konzentriere mich die ganze Zeit auf meinen Live-Stream. Ich guck nur durch mein Bildschirm. Mann, oh du nervst! Ah ja, so geil. Oh, geil. Oh, jetzt seid ihr am Arsch, ey. Ey, warte mal kurz, ich muss mal kurz kurz die App checken. Ne, mein Bildschirm sieht so komisch aus mit rechts Live-Chat in allem, weil ich wollte nicht über die Capture-Kart aufnehmen, die ich mir gestern ausgeliehen hab. Das funktioniert aber irgendwie nicht wirklich, und ja. Deswegen muss ich das dann jetzt direkt über die Playstation machen. Sag, wenn's losgeht, also wenn ihr von euch... Braucht ihr mal noch ne Lila, ne Ska? Am besten ich, ne? Dann komm her. Komm mal, komm her. Ey, fertig, ich kann mich kämpfen, Digga, ohne Rocket Launch, weil das ist scheiße. Ja, ja, ohne Rocket Launch, weil das ist scheiße. Oh, ne, ohne P90, dann ist das wirklich scheiße. P90? Ja. Alter. Leute, gleich gibt's erst direkt. Wir müssen uns jetzt erstmal hier ganz kurz vorbereiten. Ich hab' jetzt hier gleich schon wieder wegge... Ach, du scheiße. Ich hab' jetzt schon wieder weggesoffen. Ich hab' jetzt mal gleich ein Team da. Hallo, hallo, wie bist denn du? Ecke, Martin, bitte. Der Kerl, der mich gerade anscheinend ist mit der Pistole. Ich kann dem Martin wechseln, bitte. Lukas, bist du das? Ja. Ja. Komm her zu mir, komm. Hallo, Lukas. Hallo, Lukas. Hallo, Lukas. So, jetzt 1 auf dem 4. Lukas, du bist mein Team. Lukas. Soll ich jetzt auch mal den Team wechseln oder wie? Ja. Okay, gleich muss mein Mikro wieder noch ein Stück leiser machen. So. So. Sollte... Ich hab' einen Live-Chat, ob es soweit hast. Warum krieg' ich den nie dann? Warum willst du das andere aufstellen können? Ähm... Jetzt bin ich tieffrei. Ja, und der letzte da? Jung, ich hab' nur eine blaue Pum, eine AR und Schildnisse. Ja, ne, 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 blaue Pum. Ja, es gibt ein Automaten. Lukas, komm' ja, zum Park, bitte. Der, ich hab' noch eine gefunden hier. der ich abknall dann packt ich komme das ist ja schon ein bisschen lang her wo man das letzte mal gefaltet haben definitiv und besser im baun als kamo lf ich bin besser ich habe lmg ich habe auch ein lmg was hast du bist jetzt der plauder pisse also keine anderen waffen was hast du keine anderen waffen doch aber ich sag's an ich hab keine waffen eine frage fängt jetzt schon an oder noch nicht ich könnte ich kann ich bin jetzt jung ich habe gesagt geht ich bin da will ich bin da ist der externe action gibt der headshot die reiner macht nicht kaputt ich brauche die diegel selber an warum wurde mit reinkommen da wird was im raum wird jetzt reinkommen jetzt ich wollte sagen wir spielen noch ganz kurz eine runde da können wir rein guckt schon mal wegen erden auf dings auf epic games guten verboten war ich bin ja action ist auch gleich ready action hat richtig ok lukas aber warte mal ganz kurz leckstein sollen wir team gegen die beiden haben wir keine chance die tankstelle bitte ist wichtig und bei die tankstelle bitte die tankstelle habe ich gesagt bin ich doch die ganze zeit an wollte da gut was gehen aber ich schwöre ich schwöre bei meinem account du kannst nur team wechseln ich habe noch keine waffen ich hätte jetzt Headshot geben Eckstein, wo bist du? Mann! Nervend Team ist der Eckstein, komm aus Team 4 Nein, ich habe Schild, komm jetzt mit ey, das ist egal Alter Lass uns bitte erstmal looten hier Ja, da kommen alle gegen alle Komm hier, komm mal mit Nee, okay, da kriegst du die Waffe jemals nicht Ich bin noch, ich komm noch Leute, ich... Alter, warum hab ich da... guck hier ist ein Sandhitz, fliegen wir jetzt hinterher Oh, hier langt die Ähm... Komm mit Wo ist mein Lut eigentlich? Hier hin? Komm hier rein Ding, ding, ding Komm Nee, warte, der müsste hinten irgendwo liegen Da unten, da liegt ein Geschenk Oh, merci, wirklich, gibst du mir die wirklich? Ähm... Ähm... Haste du die hoch? Nee, ich hab die andere, ich hab die Äh... Eine Frage, wenn wir ganz kurz meine Dingsmonie geholt Meine, ähm... Schumgewehrmonie Ja, komm Lukas Kann ich mir vielleicht was geben, weil ich hab gar nichts mehr davon Set you ready, David? Nee, warte mal ganz kurz, jemand hat meine Monika geholt Ja, komm, wir machen einfach alle gegen alle, das ist viel besser Ich bin gestorben, da... äh... äh... Was? Du müsstest doch irgendwas geholt haben Du hast mich doch gekillt eben Ja, aber ich hab nichts geholt Ich hab immer noch genau... Ja, da müssten die Sachen da noch irgendwo liegen Hä? Ja, da müssten die Sachen da noch irgendwo liegen Ja, da müssten die Sachen da noch irgendwo liegen Ah, die liegen da genau, wo du gestorben willst Bei der Garage Seid ihr bereit? Seid ihr ready? Ach, lad... Guck mal, Lukas, bist du nicht da, wo du gestorben bist? Nee, ich bin grad bei Ludleg Warum nicht so Ludleg? Digga, wir müssen zeltet bleiben So Es ist nur Pampit, Alter, von Teil 4 Hängs an! Ey, seid bereit! Alten, Junge, ist halt dann doch Echt? Oh, hättet er die gehen Los! Oh, schau! Fuck Junge, schieß da hin! Von allen Seiten an denen schäb ich was! In die hinten, ne? Ich schieß da nicht, ich schieß mal ne Mike ab! Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Der ist da hinten? Ja! Leute! Schon 2 Uhr fast wieder! WTF! Ich komm zu dir, David! Ich komm zu dir, David! Der Juck ist über dir! Warte, lass es doch! Nein! Du hast mich runtergeschubst! Du hast mich runtergeschubst! Du hast mich runtergeschubst! David, David, David! David, David, David! Wie bist du, David? Also, so'n schweren Bauern halt! David! Lass mich mal kurz mal mit uns aufhören! Huust, alleine, Herr Stoffel! Wo bist dann du, David? Warum sollte ich dir das sagen? Oh, ich hasse dieses Dreckgelaber, Mann! Sag doch einfach, wo du bist! Machst du doch alles nur noch schlimmer, David! Ich weiß, wo ich bin! Ich habe gedacht wir müssen die ganze Zeit bereit sein aber ok Action hat 4 AP Action ist slow Action muss ich kurz hielen Aber der andere von den Bruder hat nicht mehr Ah, da sehe ich den Fähnstoffe E-Sports Gold Ich habe mal bei Ghost gespielt ne? Weil ich aber noch Call of Duty gespielt habe Dann tönen wir auch Sinn Und einmal im Fortnite habe ich mit so einem E-Sports Team gespielt Das ist noch so lange her Das war noch GG3 Timo 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 Warte warte doch mal alter Zieh doch mal deinen Sack man Zieh doch doch mein Gott alter Halt mal ganz kurz ich habe den Autos weggeholt Ohne Wind Warte ich muss mal kurz weg Was seid ihr denn? Mein Gott ey Ich kann bieten das weißt du schon David Was kannst du? Ist Mike tot Ich hab den geholt warum? Oh warte David Der staubt ab der kleine Schlingel Er kommt Wenn ich sag ich bin doch nicht bereit Dann bin ich nicht bereit Sag das doch Oh warte David Gib mir mal ne Muni nochmal Ich hab dir deine Muni gegeben Das einzige was ich geholt hatte war die Strohflinche Ich hab die kleine Muni in mir Dann gib mir sie doch Wo bist du? Hier liegt sie Liebste Mama bitte nochmal Gebt Mama bitte nochmal Ganz ruhig ich lass dich in Ruhe Ich will bloß meine Ruhe haben Ah Mann Ah Wer war das? Das war Mike Das war Lukas Lukas hat no skin Oh Ja Au Oh Ich bin da Ich bin da Mann Wann 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 lukas ja wenn wir jetzt gleich nur noch im rand spielen schon ein bisschen gut der ist bau 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 der kirche war jetzt so scheiß unfair wird man nicht sorti alter was wird man nicht sorti nee wir sind ja enthiltet ne komm ich hör auf jetzt alter du darfst nur mal provozieren wie es so wie es ist kühlt zu werden wenn man nicht ready ist gell david mann ich bin nachher ne reiser wenn du so alter laaa lasst es scheiß muss man muss man dg spandematerialien du arsch du arschgesicht auf dein bein warte ich probier mal nen trickshot warte ich geb's auf oh da habe ich ihn mit 2 gegen 1 standen wir fight ihr team doch ne macht mir nicht wir sind auch im gleichen team alter du war cool neo alter mann wechselteam alter wir sind schon die ganze zeit im gleichen team ne oha du bist doch selbst da reingewechselt oh mann ich hab mir aufgepasst ne oha ne oha alter scheiße oder aaa mann die walkie langsam statt mal wieder ne oha 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 ja Ähm. Äh. 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 Oh man glaub ich. Jo. Was ist? Ähm. Bist du grad online? Ich bin jetzt grad aus der Runde rausgegangen. Ich bin grad äh. Ne oder? Wie lange dauerts noch? Äh. Ja so um. 23.16. Ach du scheiße. Ich bin jetzt hier schon beim zweiten Stream schon wieder bei einer Stunde. Ne ähm. Was würd ich grad noch sagen? Ich find dein Dings nicht. Ich buchstabier mir mal wie es geschrieben wird. Warte. Ähm. Großes V. Ja. Ähm. Kleines I. Großes T. Ja. Ja. I. C. Äh. Großes T. Ja. Äh. Äh. Kleines A. Ja. Großes L. Ja. R Zeichen. Ja. Äh. Großes I. Äh. 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 Großes S. Ja. L. Kleines. Ja. 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 Y. Ja. Ja. OK. hinzufügen. Wurde nicht gefunden. Hä? What the heck? Ich, ich, ich kläre es. Okay. Kannst du mir auf WhatsApp schreiben, kannst du mir in Live-Chat schreiben. Ist mir so ziemlich egal, wie du es machst. Wurde hat das halt geschrieben, ne? Und zwischen dem Video und so, äh, das ist ein Kurs. Müsste eigentlich funktionieren, ich... What the heck, was bei dir los? Mit meinem Handy. Hört sich bloß ein, wenn ich abends mit meiner Freundin noch ordentlich schreibe oder telefoniere. Der geht überhaupt nicht gut. Warte mal ganz gut, ich stimme... Warte mal ganz gut. 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 Vielen Dank. 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 Hi. das noch ab und jetzt so rein immer wieder ein paar Nudor immer wissen gute wirklich ist ich bin wirklich gut aber daran arbeiten wir wer hat gewonnen mann das nervt bist noch da ja also wo springen wir ab was würdest du sagen Lukas Retail okay das sind schon etwas bessere Spieler ich hab noch gut Zeit mann egal mach jetzt kein Auge mann was ist denn was ist denn hey siegabat mann kommt Komm einfach mit mir mit Komm mal mit Ich habe auch schon eine Waffe für dich Warte Die lasert ordentlich rein Ich baue schon mal ein bisschen ab Ja, beste Beste Sauna, Alter Eine Frage Brauchst du mal noch mit F1, F2, F3 Oder hast du eine separate Tastenbelegung Nochmal Hallo Ich habe es beraten, hast du Gut Deinen sind Gegner Komm, ich will jetzt keine Eskalates In einem anderen Haus Komm mit, ich komme hier mit außen Ah, fuck Ich kann gerade nicht, aber ich kann nicht gebaut Bei dem ist auch wenig Muni gerade Kaum gerade Bei den habe ich genockt wuuh! Scheiße! Fuck! Scheiße! Ich bin tot. Ich auch. Aber langsam kommt mein Skill wieder zurück. Let's go! Neue Runde! Ja, bin bereit. Kleine Tipp! Immer springen! Immer! Immer! Okay, immer. Ja, immer. Wo sollen wir jetzt hin? Hier, achten wir, der Bus fliegt! Alter! Oh, mein Zeitmonitor ist gerade richtig schön warm. Lukas? Ich bin ja normalerweise so tiltet, ne? Ja, das pack ich aber nicht. Ja, das pack ich auch nicht. Bin ich gerade der schlechteste Spieler, aber das? Ah, ah! Oh, ich bin der schlechteste Spieler auf der... Ne, ah, definitiv mal nicht. Wohin willst du? Äh, Flash Factory. Okay. Flash Factory. Ich stream jetzt schon wieder über eine Stunde. Alter, WTF! Autopilot drin. Ach, von wem, du hättest du viele Wins. Wo? Das war ein anderer Account. Also noch die Anmeldedaten? Ne, leider nimmer. Sonst würde ich ja grad mit dem spielen. Weil dann... Weil dann... Wenn du jetzt... Schon über... Wenn du die ersten paar Runden direkt einen Sieg hättest... Digga! Dann müsstest du dir rasieren wie sonst was. Ich habe auch schon in Ewigkeiten keine Fortnite mehr gespielt, nur. Das muss ich schon dazu wissen. Lass, ich hänge jetzt meistens mit Lara. Äääääääähm... Das hat man jetzt nicht gehört! Ich habe das nicht mehr gehört. Nein, wegen Stream! Zeig mir mal, was man beim Stimmen nicht sagen darf. weil ich hänge so oft mit dem leisen ab hier deswegen bin ich dann immer ganz so geübt drin da oben ist auch jemand den gönn ich mir fack 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 der hat ne schroti der so unfair alter die hat ne schroti scheiße ne die hat ne schroti das ist unfair wie sau alter ich will nicht wissen wie lange ich heute schon spiele so weiter geht's schon ein bisschen aufmunterung muss manchmal sein ich bin echt nicht so ich bin echt nicht so o 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 Warte mal, ich mach's kurz weg. David? David? Ich bin da. Was ist mit David? Der redet nicht. Ich weiß nicht, was mit dem ist. Redet der bei dir? Was? Redet der bei dir auch? Nicht? Nee, ihr redet bei mir nicht. Aber... Ach klar. Wollte ihm eigentlich grad sagen, dass ich gleich weg muss. Ja, das hat er ja. Ich muss jetzt einkaufen gehen mit meiner Mutter und meinem Bruder. Ja, ich sag ihm Bescheid. Na ihr kleinen Wichser. David, du musst den Livestream beenden. Warum? Warum? Weil seine Videoqualität scheiße ist. Ah, stimmt. Ja, muss ich doch wohl sagen. Warte mal, ich komm mal ganz kurz. Ich wollte eigentlich auch grad noch sagen, dass ich jetzt weg muss. Warum das? Was? Ja, ich muss einkaufen gehen mit meinen Eltern. Mit meinem Bruder. Mit meinem Bruder. Ich konnte keinenے da waren. Ich bin ich glaube, ich bin ich wenig an. Da bist du dran. Ach du doch. Ach du doch. Ach du doch. Ach du doch. Ich mach auch. Ach du doch. ich bin pro gamer ich will keinen sieg machen ohne kills weißt du was ich meine ist so ziemlich egal von mir ist ohne kills aber ich will halt eben was ich muss schnell mein t-shirt aus und ich werde ich kurz nicht als ob und wir stimmen ich eineinhalb stunden leute was hier los denn das gleiche wie ich was was ist das so ein dickes headset so ein großes ja logitech 430 kann ich nur empfehlen ist richtig geil logitech ist besser als man manchmal denkt ja 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 ich weiß ich habe eine tastatur davon ich weiß ich habe alles inzwischen von logitech außer maus ich weiß nicht mehr und ich habe halt noch über 1000 fb ein was ich habe einen gaming pc mit dem habe ich 100.000 fps dann höchstens auf niedrigsten settings weit auf höchsten settings kannst du keine tonnen fps haben selbst mit den allerneuesten grafikkarten wenn du auf den allerneuesten grafikkarten auf wohin gehen wir kommen in meinen haus hier genau unter mir auf 4k und auf wirklich maximalen einstellungen spielt kommt das maximal 400 fps groß bei der bei den ganzen grafikkarten jetzt released worden warte kann gleichen kumpel von von an gut sein kann zu sein die geht meine klasse der Der ist fast hier im Shisho Ähm Oh mein Go- Kennt du Kamu LAM Der hat mich eiskalt weggeschnitzt Er ist der beste Spieler der Welt, der ist der beste Spieler der Welt, oder? Oh mein Gott Ein absoluter Pro-Gamer Keine Chance Hey, die ruft Oh hallo Moinsen Was? Warte mal ganz kurz Was ist Leonard? Also Hallo Mutter Ich bin Ich bin eine Enttäuschung Cool So weiß nicht mehr wie unser Kanal heißt Ich weiß wie er heißt Ich weiß wie er heißt Wie? Chaos Channel Ja Ja Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Was ist das? Was ist das? Was? Ich hab jetzt grad 500 Zustauer drinne Ich glaub das ist ein Rekord Push mich Ist das nicht Was? Was soll das jetzt heißen? Was ist das? 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 Guck auf Frieden her Danke dass du vorher mit mir redest Alter Du guckst ja nie auf die Karte Du machst einfach was du willst Deshalb machst du nie Wins Ich hab schon über 300 Wins Ja Ja sorry Du du in der Saus Du du in der Saus Ähm da ist schon jemand Ja 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 Ne wirklich Ich schwöre Nee Entschuldigen Du du da hinten hin als du bist Ähm Slendy Was ich noch sagen wollte ist Wir sind doch nicht monetarisiert Fuck 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 Ah ich bin tot Ich bin tot Sehr gut Alter Ich bin nur nicht David Nein ich bitte Wer Der hat einen Riff Der hat einen Riff Der ist kalt Krieger Der hat so dick die Hits gekriegt Ich schwöre Ähm Guck mal ganz kurz auf Social Blade Wie das aus David komm mal ich hab hier ne Waffe Pull die Waffe hier Da Ah da ein Krieger Danke Viel David 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 Ich hab schon einen Slap Ich brauch plus Muni Ich brauch plus Muni Schnell Ich hab nicht viel 30 Also Achtung Da hinten sind welche Da hinten sind welche Da hinten sind welche Ah Richtig schön Hits gekriegt Ähm Der hack der hack safe Ja ich probier den gleich mal rein zu stellen Einer Eine Aaaaaah Einer ist genug Einer ist genug Eine ist genug Ich habe 2 kills Wohjas Jeiter Wohh Wohji Wohh schreibt jetzt rein das wüsste ich mal gern gerade was das bps zwei oder drei muss schon ordentlicher schreiben digga schreibt ein rätseln leck das bild oder was ich hab bei dem streamen geguckt läuft alles überflüssig sollen wir pushen gehen ne feuern hat zwei hits drei hab ihn hier ist kein schlechter sniper der ist du oh mein gott digga warum er ist so schlecht wieder beliebt ihn schnell wie schafft man das so zu snipen fuck mann los mann 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 ok ich hab mehr kills als war schon ein Erfolg für mich also ähm was ich noch sagen wollte ist Elias ähm ja wie würdest du im stream mit reinkommen ich spiel ja grad nur fortnite spielst du es ja persönlich nicht ach und ähm ich kann nochmal ganz kurz im stream gucken wie würdest du eigentlich mit uns mitspielen jetzt mal ganz ehrlich schreibt es schreibt es mal in die comments stimmt was auf der switch ähm ähm also bei mir läuft total flüssig ganz ehrlich sagen ganz ehrlich sagen das sind verfäckten dann bitte ähm eine frage Elias was wie viel sollen wir ist doch noch längst nicht monet monetarisiert wir sollen wir dann verdienen also 10 cent pls xr was weiß jetzt sind pls digger mach bereit david oh mann hier ist er wenn der oh mann pack den arsch warte mal ganz kurz ich schalte dich mal ähm weh gehabt ich frage er war nachher weil ich hier geförst er dann nicht sagen ich hab jetzt sie gerade mal ich nur mal so ich sag dir richtig geil der kann wirklich gut spielen und das ist eine nette wenn ich krieg da nachher noch ein paar Schellen von mir ja ähm Alter mein mein Monitor warte 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 schenkst du kurz auf pc auf kastatur digger ich kann jetzt auch grad nix dafür mal musik ähm oh entschuldigung ich bin hier grad etwas konkret was denn wohin damals der 50er ort david eisenheisen blü sorry dass ich etwas laut bin bloß fische wird der frau heiden verwandeln nein warum sollte ich jetzt mal ganz ehrlich hab ich mich grad umgekriegen weil du heiden ist nachher mal heide heide du arsch du ungestimmte arschgeige du wolltest mich jetzt verarschen david guck mal die zone david guck mal die zone digger ich hab ne ich hab noch richtig coole framerates muss ich ganz ehrlich sagen dann leckt wahrscheinlich was von dir da vann da wann das u woi du wann u wann ne we wann wv ja also ich habe gerade geguckt ich habe 60 fps im stream nein dass die maximale anzahl was man bei playstation stream kann ich kann jetzt nicht einfach mit dem stream hier umschalten ich muss jetzt mal ganz gut Prozent so sollte das passen oder ein Jahr das passen gut um und guck Karnung und oft zu okay Prozent Prozent mehr das ist dann kann es mal ganz gut sind schick bei dir ist halt ein Mikrofon etwas leiser erstellen weil dadurch werden sich gerade das zu laut bei dir bei mir wir kommen ja ich mache mir das leise also alle es wird sogar so oder so wir müssen so hat in die zone so bitteschön funktioniert es jetzt auch mit switch mit x wenn er keine europäische was ich kann es nicht einfach mitten im stream umstellen das geht nicht das kann ich nur am anfang des streams glaube ich umstellen weil ich muss jetzt auch nicht so eine übertragung weiter einstellungen einstellen für audio aufzeichen ich kann jetzt gerade nicht machen Aber David, du warst immer mit Sophie zusammen, ne? Darüber möchte ich jetzt keine auskennen Aber wie fühlst, was meinst du jetzt, dass Josef fährt mit der Zusammensetzung? Ich hab eine Freundin, eine sehr gute Freundin Magst du Josef? Oh, ne, nicht so wirklich Hi Josef, wenn du zuguckst, äh, ich hasse dich Oh, David macht Wernstegger Welchen Boxen? Oh, ich bin... Ach, Hund... Das ist schon keiner, ja Ähm... Alter, wie bist du grad WTF, hä? Ähm, die ganze übertragen wird die ganze Zeit hinterbrochen von PS Man fand... Alter, beste Szene! Ähm... Ähm... Wisch dir eigentlich, wie scheiße es ist, hier streamen und gleichzeitig schreiben? Ähm... Äh... Wow... David, wo bist du? Guck mal, wo ich bin... Ja, sorry, ich bin hier grad noch am Schreiben, Alter, ich kann... Ja, 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 ja... Alter, scheiße... Oh mein Gott, zwei gegen drei! Sie schien jetzt hinter einem Baum, David! 50, 50, nie wieder! Hä, du hast ihn eingestellt, nur so, äh... Nie wieder, ne, ich spiel den Scheißmodus hier nie wieder! Warte mal, bleib drin, bleib drin, Digga, bleib drin! Oh, quitte doch! Ja, sorry! Alter, ich sag jetzt, Landy! Egal! Quitte, quitte, David! Quitte, David! Quitte jetzt einfach... Also, Leute, ihr... Könnt jetzt bei uns mit rein! So, also, ähm... Wer kommt gerade... Ja, hallo... Also, wir streamen grad... Äh, Mike streamst du auch grad noch? Ja, ja... Also, wir streamen grad beide live! Auf nem Kanal! Ach, so! Wir schreiben hier... Wir schreiben jetzt grade 10 Leute, dass sie eins gegen eins wollen! Aber... Gegen wen? Wir beide gegeneinander! Oh, ne, Digga, ich... Oh, ich bin einfach nur müde wie sonst was! Ich auch! Ähm, Leute... Es ist einfach... Wir sind beide fertig wie Sau! Ich stream jetzt schon seit... Vier Stunden durch! Und ich spiel schon seit 10 Stunden durch! Stream ist nochmal was anderes als das Spiel normal! Aber ich... Stream jetzt schon zwei Stunden oder so! Ähm... Leute, maaaannn! Also, wer von euch beiden ist jetzt... Dark Slayer oder Slenderman ist jetzt schon fertig? Schreib's mal bitte... Rein! Kannst bitte den jetzt einfach kicken! Ich hab jetzt... Ah! Digga, ihr schreibt beide mit dem gleichen Account! Das ist so scheiße! Das ist so scheiße! Ja, okay, Chat... Ähm... Wenn wir dann eins gegen eins machen... Wenn ihr bei uns... Wenn ihr bei uns... hier noch reinkommt... in den Chat... Also in... äh... bei uns beim Livestream... da machen wir's, okay? Wir müssen nämlich mal ein bisschen gepusht werden hier! Okay, Slendy, dann komm online! Nein! Höh... Höh... Ähm... Höh... 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 Also, kleine Bedingungen... Wie viel mit der... Wie viel zur Schau hast du grad, Mike? 124! Sagen wir, wenn... 100 Stück bei uns auf den Kanal kommen! Machen wir's! Machen wir's! Alle, äh... die jetzt im Leistung sind Putsch, mal, dass wir die 300 Zuschauer noch kriegen! Was? Ne, also, warte! Wenn wir auf unserem Kanal jetzt hier 100 Zuschauer haben, dann machen wir's! Und dann kriegt der Gewinn! Auf deinem! Ja, auf unserem Gruppenkanal! Ich will grad mein Headset wieder wegschmeißen! Äh, ne, gucken jetzt 250 zu! Leute, wenn wir das wirklich schaffen! 100 Leute bei uns auf den Kanal zu kriegen! Machen wir das! Mike ist jetzt ruhig! Alter! Die Abonnenten, äh, äh, die Zuschauer steigen bei mir irgendwie ein bisschen! Ich würde dir ja ein Foto schicken, wenn ich jetzt mein Handy hätte, aber... Äh, Mike? Alter, wie macht ihr das? Was denn? Schreibt mal all euren... Schreibt mal all euren Freunden! David, hörst du mich noch? Ja! Hä? Ähm... An Slenderman am Wochenende, ähm... Ja, das wird... 300! Alter! Schickscreen! Schickscreen! Super Playstation! Kann ich nicht! Ich hab' auch Dings an! Du kannst ja nicht... Doch, doch! Hab' ich grad' eben gemacht! Hab' ich grad' eben gemacht! Ich hab' das auf meinem anderen Monitor! Alter, okay! Ähm... In der Woche wird's wahrscheinlich nicht gehen, da werd' ich mich halt eben mit meiner Freundin treffen! Oder viel streamen je nachdem! Äh... Wir machen's in Creasy-Groove! Das hört sich grad' so pervers an! Wir machen's in Creasy! Äh... Alter, ist... Warte mal ganz kurz! Schick, ganz kurz! Na, Audi einmal ne Freundin, dann... Dann sagst du das okay? Also, Leute! Wo sollen wir das machen? Spring, David! Wo ist Creasy-Groove? Ah, okay, dann... Alter! Eins gegen eins! Ja! Ich freu mich schon, dass die Fans... Schreiben alle... Alle, die, ähm... Dieses Eins gegen eins, äh... Sehen wollen, schreiben jetzt einfach mal, äh... Hashtag Hype in... ...die Comments! Ähm... Slendier! Und wenn ihr das macht, dann lasst mal nur ein Abo da und absolut die Glocke! Lass bei uns mal ein Abo da, Leute! Kommt! Wir machen ja auch keinen Content! Lasst auf jeden... Lass auf jeden Fall kein Abo bei David da! Äh... Spaß! Man! Schaut bei ihm vorbei! In meinem... Habt ihr nur ein Abo? Ne? Scheiße! Wir haben mehr! Erstes Video in Holland, so direkt 100 Aufrufe! Aber jetzt grad so... Alters Landy! Escalation for you! Wesen Slenderman! Kennste! Elias! Ja! Ich bin dazu verpflichtet, die Namen nicht sagen zu dürfen! Was hast du denn da schönes gebaut? Elias! Wir haben... Ja! Krass! Wir haben... Krass! Wir haben... Ja! Wir haben... Wir haben jetzt abonnieren! Du bist... Elias! Ist es für dich nur ordentlich, wenn wir hier deinen Namen sagen? Okay! Hallo, Elias! Hallo, Elias! Hallo, Elias! Hallo, Elias! Hallo, Elias! Hallo, Elias! Oh Gott! Vielleicht bist du, dass ich heute Abend erstmal schön in Ruhe irgendwas machen werde! Stoppen! Warte mal ganz kurz! Oh, ich hasse es! Okay, Lu, bist du noch da, David? Ja! Oh, Entschuldigung! Ich... Oh, Mann! Ich hab grad so viel... Gleichzeitig! Bist du schon da bluten? Äh, ja, hab ich schon! Warum? Zum Großteil, aber... Ich bin... Ich bin eigentlich schon fertig, weil... Ich hab nur ne Pauke an! Ich hab übrigens die Topfmerzen, weil ich schon... Zehn Stunden oder zwölf Stunden nicht geschlafen hab! Kleiner Tipp, mach das mal! Besondert geht immer noch vor! Also jetzt... Wir machen YouTube natürlich verdammt gerne, aber irgendwann ist auch... Zum Beispiel... Wir hatten auch grad eben das Thema Schule... Ach du Scheiße! Schreib mal deine Meinung dazu in die Comment... Äh, in Live-Chat... Elias... Okay, ich bin ready! Wir hatten grad eben das Thema Schule noch gehabt, von wegen... Schule abbrechen und so... Äh... Man macht das nicht für Gaming, das ist... Definitiv, das lohnt sich nicht! Ich weiß, ich bin auch gut mit ihm zu früh, aber... Ich glaub auch nicht schwer, ich hab da draußen schon mal nix gelernt, Digga... Ich glaub... Ich spreche euch ja die Schüler an und mach mich zum Glück... Ihr seht an ihm! Er bleibt... Er ist sitzen geblieben deswegen! Äh... Was? Hehehe... Ohne Elias, alles wird! Ohne Elias, alles wird! Ohne Elias, alles wird! Ich schreib dir mal nix rein! Mr. Anonym, sagen ich jetzt einfach mal! Nennt mich Anonymous! Hehehe... Hehehe... Ich bin jetzt grad nicht all zu gut... einfach nur fertig ich bin müde wie sonst was und dabei haben wir erst 15 uhr 2 was lohnt sich mehr 6 t4 oder drei stinkbomben t4 ja aber keine anderen granaten wird mit ihr weißt du was ich glaube dass ihr okay du bist auch leichter gut ich werde jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr lang stream das ist einfach eine belastung die ist unglaublich oder habe ich da recht nie wenn wir auch portland spielte mit portland ja wo bist du betreffend zuerst mal beim geschäft okay ohne abzuschießen wenn nicht ist es direkt links endes qualifikations kommt mir runter okay es kann jetzt schon losgehen warte warte los bitte viel spiel aber fair und so dass ich es auch schaffen könnte was zur hölle werde ich den kettet Mann! ok, ok, ok warte, okay, okay warte ganz kurz, warte ganz kurze warte Ich bin hier mit dem Schreiben! Ich bin hier mit dem Schreiben! Oh, ich hab deine Munde hier! Ja, ich bin gerade am Munde! Ich muss... Alter! WT-F! WT-F! Ich probier'n aus, glaub ich versuch' nicht zu treffen! jetzt ist jetzt auch ich muss mich gerade so hart jucken das ist so richtig angenehm ich hab 13 ap du arsch es geht doch nicht los dann geh ich hier die schiele dann gibt mir war nur so viel obwohl habe ich jetzt ein richtig hartes handy darf ich auch mal schutz verpassen noch hallo also kein bürger von schnitt doch ein slurpy aber ich hatte nur noch drei hat er deswegen kommen her ich glaubt ihr gibt ja ja ich habe ein bücher ich habe den bücher muss eine schade wie unfair das duell hier wo bist du mein bürger laden ein bürger laden leute bin im bürger laden drin komm mal raus komm mal genau davor david sonst kriegst du die waffe nicht siehst du mich hier komm mal hier zu mir hier habe ich eine waffe für dich komm mal hier runter hier liegt eine waffe für dich komm mal mit komm mal mit david hier liegt noch ein bücher dann sag mir wenn du ready boah ich hab ich kann nicht mehr bist du ready gib mir mal einen schuss gib mir mal einen schuss wo rein egal bleib stehen ich gebe dir eine in die eierstöcke mein no shit und wiesen wird man noch ein gibt mir noch ein jetzt geht's los wie viel hast du jetzt noch 136 136 digga aber was bau ich mir heute zurecht hey warum baut mein ding heute nicht mehr wo bist du tot weil mein ding nicht mehr baut hat ja ich glaub das wird halt wohl nix mehr ich bin jetzt an den punkt angelangt wo ich einfach nix mehr hinkrieg ich hab extra auf move gemacht ja damit du ne chance gegen dich schaffst komm mal mit etwas weniger bauen sonst ist das richtig hart und schwer ähm okay du kannst mich schon direkt abschießen gib mir mal einen headshot mit der mit der da in headshot mit der scow ja da geh doch nicht so nah ran boah 64 es ist los oh sorry gib mir ne muni ich bin ja schon am droppen sorry war keine absicht gewesen du darfst dich nicht heilen ne warum sollte ich warte mal ganz kurz ja unten muss raus darf ich auch nicht auch wenn ich nur zwei ap hab warte mal stop stop ok ready ready los was was hast du mir für ein hit gegeben jetzt mal ganz ehrlich ich darf mich nicht mehr heilen ich darf mich nicht heilen ich darf mich nicht heilen wie viel hattest du wie viel habe ich hier gedrückt meine ich ich hab jetzt nur noch 49 HP halt halt er kann sich bitte lassen es nerv oh mein gott weg das oh mein gott du auch kleines arschloch alter mal auf mit dem scheiß neid das richtig hallo und mehr man lass es bitte kommt alter war das grad ungefähr weißt du dass es ein stadion gibt ja ich dachte stadion ja bist du ready nein ich bin ja noch am sortieren wo bist du hey über dir hier wo ja alter du hast mir richtig dämlich wieder gemacht und hier ein tschüss ich bin tot ja bis auf du schießt als ich noch als noch gar nicht fertig war alter mit dir zu spielen ist so scheiße das krasse ist du ja ich hab nur noch eine gewisse anzahl an HP ne wie viel ich hab 23 HP und 50 Schild alter das richtig aber weißt du weil ich ein Ehrenmann bin mach ich die blaue MP weg und stehe jetzt mit der grauen äh wo ist jetzt meine Schroti mein alter das war mein Schatz nein wo ist denn die wo ist denn die wo ist die wo ist die ah ah komm mal nur mit Schroti alter das ist ja so unfair ja los genau was drückst du hier für damage jetzt mal ganz ehrlich du hast irgendeinen mod drin irgendeinen du hast irgendeinen drin ich schwöre Alter wir wir ich kann nicht mehr lang ich würde sagen wir machen jetzt noch nächster kill den alter ich hab noch 60 HP das richtig scheiße ungefähr ich hab nur noch 20 trotzdem du triffst jeden Schuss und und ohne bauen Alter bauen ist richtig oh ist grad richtig assi ja du kriegst mich jetzt auch wieder nein 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 ach komm alter ich steht fünft und zwei ich ach Gott jetzt machen wir noch ein normales Match mit Elias zusammen dann war's das ach ich bin auf Stream ich bin auf Stream ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ich bin ja fast die runtergerissen geil warte ich ruf mal ganz kurz beim B an was was Franz ja wollt ich grad sahnen also ähm ruf ich den kleinen Spasti mal an hallo ähm Alter, bei ihm klingelt es nur durch Sofort, Elias, du warst gerade sehr schlau, du musst mir auch schon den Epic Games Namen reinschreiben, sonst geht das leider nicht. Soll ich machen? Soll ich ihn adden? Wer in adden? Ei, Elias. Ich habe sein Ding gerade nicht. Okay, wir zocken noch eine Duo-Runde, bis er kommt. Leute, das ist wahrscheinlich einer der letzten Runden, wenn ich heute streame. Morgen früh oben sagen wir... 8 Uhr? Ne, früher. 7 Uhr wird wieder gestreamt. Dann mache ich mit. Ich weiß nicht, dass ich gleich so hart auf Klo gehen muss. Gott. Oh Gott. Mein Rücken tut so weh. Als ob ich wirklich schon so scheiße... Alter, Alter, Alter. Was? Was? Mike, meine Win-Rate ist bei 85%. What the fuck? Wo kann man denn eigentlich gucken? Geht bei dir nicht. Was? Geht bei dir. Warum? Ich hab dafür so ne extra, ähm, Dings. App. App. Lass mal bei meinem gucken. Nein, Digga, komm wir gehen nach Retail. Komm Retail. Was willst du Retail? Alter, was willst du Retail? Komm hier Whisky, Whisky Beste. Digga, da kommen hier zu viele Spieler hin, das packen wir. Du denkst immer so scheiße. Wenn du so denkst, wird das nie was. Dann kriegst du nicht mal in 20 Jahren den Fortnum nicht mehr. Gibt, kriegst du nie wieder Wind, Digga. Du denkst immer so, packen wir nicht, packen wir nicht. Glaub doch an dich, nur der Glaube gibt dir Kraft. Och man, jetzt kommt grad ne Nachricht. Leck mich. Jetzt fragen wir, wo streamst du denn? Äh, wo bist du? Digga. Ah, okay, Doppeläuser, Doppeläuser, Doppeläuser. Ich komm nicht. Lass mal ein Abo bei mir da. Was? Ghost-Secret-Myotis Leute, lasst ein Abo hier da, oder? Ich komm nachher mit dem Butterflab bei euch vorbein, bringe ich schon. Ich weiß Ghost-Secret-Myotis auf dich. Also lass mal ein Abo da. Ah, Paul Berger. Geld darf ich du, Paul Berger. Deiner Pimmelberger. Deiner Pimmelberger. Deiner Pimmelberger. Deiner Pimmelberger. Egal, komm. Ready, ready, ready. Push, push, push. Digga, wird mich verarschen. Ich pa- Alter. Warum gehst du denn in das Haus? Nein, ey. Ich meine die... Da... Das ist aber okay. Hey. Komm David. Einer ist hier. Will ich ja auch gern teasen, aber ich kann. Ich hab nur ne Scheiß-Roti. Ich hab nur... Mein Name ist Chef. Mein Name ist Chef. Ah, ich hab nur... Geil, 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 geil. Warte, komm, 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 sofort. Warte, warte. Alter, sonst hast du hier den ganzen Spaß noch ohne mich. 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 Ja. David, def one shot, def one shot. Wenn du den nicht schuld, spiel ich nie wieder mit dir. Ja, Mann. Komm her, komm her. Bleib stehen. Oh, David, wir sind das beste Duo, eh und jetzt, Digga. Ja, wenig, aber okay. Ich gönne mir jetzt einfach hier einen Grappler. Tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Alter, ich wälze mich hier grad vollkommen im Loot, Leute. David, ich wälze mich. David 14 wird Opa-Sänger. Jawoll. David hat drei Kills, oder? Ja, das ist so schön. Ja, David, guck mal, ich den Kills du hast. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ich gönne mir Bandage ist es, Digga. Also wenn das hier kein Epic Win wird, dann... DIGGA. Denk ich, ähm... Unbedingt, was ich denn mache. Dann machst du mit deiner Freundin Schluss. Ne, äh, ah, sowas, 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 weiß ich nicht. Sowas werd ich nicht. Dann küsst du mich auf dem Montagsfreitag. Was? Dann küsst du mich auf der Schule. Dann küsst du mich auf der Schule. Ah, ne, nein. Nein. Ah, ja. Ah, ja, Digga. Das gefällt dir, David, gell? Jetzt werd ich, wovon du nachts träumst. Oh, ja. Nee, Digga, ich bin nur Homo, Digga. Komm, lass mal nach Raining Moves, da müssen wir mit dem Holz bauen. Ab in den Bunker. Alter, mir ist grad... Guck mal, meine Waffe. Welche? Fick dich. So, du stürmst beim ersten. Ich fick ihn eiskalt weg. Hier sind welche. Wo? Wo? Hier vor uns. Ich seh ihn. Oh mein Gott, Digga, er schluckt zwei Headshots. Wie kann man sich so... Nee. Der ist so lost. Du, du bist so dumm, Mann. Komm, ich schiel, guck mal. Er trinkt nen Chok-Chok, Mann. Oh mein Gott. Geht ihn doch an, oh David, du bist so dumm, Mann. Nein. Irgendwo. Warum spielt man Fortnite? Warum? Warum spielst du Fortnite? Ich... Oh Gott. Bestimmt CT. Oh komm, es sind zwei Spieler. Leute, ich beende hier mit den Streamen. Ich habe ja durch Spaß gemacht. Der nächste Stream wird wahrscheinlich morgen früh... Äh, um... Ich bin komm mal legen, wieviel Uhr. Um... 7 Uhr starten. Ne, um 8 Uhr sagen wir. Der Stream bitte um 8 Uhr starten. Ciao.